ein ergonom ist jemand der sich auf ergonomie spezialisiert hat ergonomie ist die wissenschaftliche untersuchung des menschen in bezug auf seine umwelt das forschungsgebiet eines ergonomen bezieht sich auf produkte räume und arbeitsplätze das wort ergonomie kommt von den griechischen wörtern ergon und nomus was für arbeit und recht steht kurz gesagt ergonomie läuft darauf hinaus sicher und gesund arbeiten zu können was sich in der regel auf arbeiter und arbeit bezieht ergonomie muss sich aber nicht nur auf arbeitsbezogene studien beziehen denn auch konsumgüter gehören zum arbeitsfeld eines ergonomen ergonomen untersuchen daher den menschen in bezug auf seine umwelt auf wissenschaftliche weise wobei gesundheit sicherheit komfort und benutzerfreundlichkeit eine wichtige rolle spielen die inhaltliche arbeit eines ergonomen kann je nach ergonom unterschiedlich sein hat aber in allen fällen mit ergonomie zu tun ergonomie ist wiederum ein weit gefasstes konzept das sich auf produkte räume und arbeitsplätze bezieht da ergonomie in den meisten fällen maßgeschneidert ist wird ein ergonom viel analysieren um menschen oder organisationen ergonomische verbesserungspunkte zu liefern ergonomie ist für jeden wichtig denn ergonomie kann möglichen gesundheitlichen problemen etwa durch eine falsche arbeitshaltung vorbeugen auch die ergonomie trägt wesentlich zur verbesserung der arbeitsleistung bei denn menschen fühlen sich besser wenn sie angenehm und sicher arbeiten können kurz gesagt geht es bei der ergonomie darum gesundheitlichen problemen vorzubeugen in dem maßnahmen im vorfeld angewendet werden auch die ausbildung und information spielt als ergonom eine wichtige rolle ergonomen arbeiten häufig für beratungsunternehmen designagentoren oder für arbeitsschutzdienste darüber hinaus können ergonomen für forschungseinrichtungen und universitäten tätig sein